Wir wollen über etwas ganz Spannendes reden, was man hier im Hintergrund erkennen kann. Es geht um den Octocopter. Bei mir ist Michael, der Entwickler. Hallo Michael. Und da ist Nico. Du vermarktest das ganz neue Gerät. Hallo Nico. Wir wollen reden, was es eigentlich damit auf sich hat. Erzählt mir, warum heißt es Octocopter und was kann das ganze Gerät? Gut, also Octocopter, deswegen, weil es acht Motoren hat und acht Rotoren. Was kann das ganze Gerät? Es kann fliegen natürlich, es kann eine Kamera tragen und damit schöne Bilder machen. Ja, das ist im großen Ganzen, was das Gerät kann. Genau, darum geht es ja eigentlich, dass man eben Bilder aus der Luft machen kann. Der Mensch steuert es quasi vom Boden aus und die Kamera fliegt in der Luft und nimmt die Bilder von oben auf. Ich meine, es gab es ja auch vorher auf andere Art und Weise konnte man das auch machen. Warum ist jetzt dieses Modell so besonders gut, neu? Gut, der große Vorteil ist natürlich dadurch, dass es relativ klein ist, im Gegensatz zum richtigen Hubschrauber. Man kann wesentlich dichter an die Dinge herangehen. Man kann zum Beispiel Gebäude sehr, sehr dicht anfliegen. Wir sind zu zweit. Wir haben einen Kameramann und einen Piloten, können damit eben halt auch sehr genau vorgeben, was für Bilder wir wollen und was wir aufnehmen wollen. Und das ist eigentlich der Hauptvorteil von dem Gerät. Man kann eben halt an Orten fliegen, man kann an Plätzen fliegen, wo man mit normalen Kränen nicht hinkommt, wo man mit normalen Helikoptern nicht hinkommt, also wo man eben halt schwer rankommt. Da können wir fliegen mit diesem kleinen Gerät. Das ist unser Vorteil. Ja, Nico, du vermarktest das Gerät. Wem würdest du jetzt empfehlen, sich sowas zuzulegen oder zu leihen wahrscheinlich erstmal? Wer kann das gut gebrauchen? Zu leihen idealerweise gar nicht, denn idealerweise werden wir engagiert. Das heißt Pilot, Kameramann und Oktokopter. Einsatzfähig, beziehungsweise Einsatzmöglichkeiten gibt es dafür eine ganze Menge. Das beginnt bei Maklern, bei Hausverwaltungen, die halt ihre Objekte abfilmen lassen möchten. Das sind technische Flüge, das sind Werbeflüge, das sind alles, was man sich gerne von oben anschauen möchte. Also auf jeden Fall etwas, was ganz besonders aussieht. Ich freue mich immer an dem Anblick. Und du hast doch auch hier so ein kleines Modell quasi, mit dem ich dich hier eben schon habe fliegen sehen. Kannst du uns das mal zeigen? Vielleicht können wir dem Zuschauer so mal zeigen, wie das Große prinzipiell funktionieren würde. Im Grunde genommen natürlich dasselbe, nur ein sehr viel kleiner. Kann natürlich auch nicht ganz so viel wie unser Großer, aber es fliegt immerhin eigenstabil. Das können wir auch gerne mal machen. So, da sind wir. Und dann können wir auch schon loslegen. So, und es gibt dieses kleine Modell, könnte sogar mit einer Kamera ausgerüstet werden und könnte dann eben halt auch Bilder machen. Natürlich nicht so schöne und so gute, wie unser großer Kopter das kann, aber es geht. Man sieht so mal ungefähr, wie das Ganze dann aussieht. Das finde ich auch. Man kann sich ein sehr gutes Bild machen. Und ich merke das gerade, es funktioniert auch als Ventilator. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden für die Information. Ein wirklich spannendes, spannendes, neues Gerät. Wir sagen Tschüss von hier.